Wirtschaft zwischen Macht und Machtlosigkeit. Unter diesem Motto trafen sich hochrangige Vertreter aus Medien, Politik und Wirtschaft beim dritten Medienmittelpunkt Ausseherland. Das steirische Salzkammergut präsentierte sich dazu erneut von seiner schönsten Seite. Zum Auftakt diskutierten Julia Stemberger, Julian Pölzler, Nora Schmid und Hubert von Gäusern mit Heidi Glück die Macht der Kunst. Jetzt haben wir diesen Sprung geschafft in eine Veranstaltungsreihe kommen zu können, wo wir auch durchaus herzeigbar sind. Also ich denke, da ist uns heute ein sehr großer Sprung gelungen. Ich habe es für mich sehr spannend gefunden, weil mir Dinge, die ich aus den Nachrichten und aus den Medien kenne, in dieser persönlichen Form, wo Leute auf der Bühne sitzen, die aus ihrem beruflichen Wissen herausreden. Das ist das blöde Wort Appetit, nämlich deshalb, weil es Appetit macht. Es macht Appetit mehr zu erfahren und sich besser auszukennen. Danach war die Wirtschaft an der Reihe. Handelsblatt-Korrespondent Hans-Peter Siebenhaar bat Wirtschaftskapitäne und Medienmacher zum Gespräch über Verantwortung und Macht. Mein Wunsch wäre der, dass sich unser Bildungssystem so schnell ändert, dass alle unsere jungen Menschen, vor allen Dingen auch im ländlichen Raum, wo ja das oft schwieriger ist, eine Ausbildung erhalten, dass wir in der nächsten Generation international unter den Top 5 gehören. Wir leben in einer Welt, wo die Googles dieser Welt einfach unglaubliche Stärke haben, unglaublich viel Bewegungsspielraum und auf der anderen Seite österreichische oder europäische Medien sehr eng reguliert werden. Und hier gehört ein Plain Level Field, ein ebenes Spielfeld hergestellt. Das wäre das Wichtigste, was die Medienpolitik in den nächsten Jahren zu leisten hat. Tag zwei beim Medienmittelpunkt aus Sieerland startete mit einem Wirtschaftsschwerpunkt. OMV-Chef-Controller Christoph Trentini bot spannende Einblicke in die Arbeitsweise des Mineralölkonzerns. Alle Studien weisen darauf hin, dass Ende 2017, und das ist auch unsere Meinung, die Situation eintreten wird, dass dann weniger produziert wird, als verbraucht wird. Und nicht zuletzt auch ist das abhängig von den internationalen Wirtschaftsdaten. Wir gehen davon aus, dass das dann der Fall sein wird. Ich glaube, der Markt wird das ein bisschen früher erkennen. Und wenn dem so ist und der Markt das wirklich erkennt, dann kann man davon ausgehen, dass es wahrscheinlich ist, dass der Rohlpreis dann etwas höher sein wird als heute. Nachmittags stellte ARD-Nahost-Korrespondentin Susanne Glass ihr neues Buch vor und diskutierte mit Astrid Zimmermann das Thema Macht und Medien. Abends wurde die Politik aufs Podium gebeten. Die aktuelle Krise der Europäischen Gemeinschaft stand dabei ganz oben auf der Agenda. Ich sehe die Einsicht, dass Europa die Möglichkeiten mächtig, und zwar demokratisch legitim mächtig, aufzutreten, noch nicht gefunden hat. Ich hoffe, es wird wieder besser werden und ich hoffe auch, dass all jene Leute, denen dieses gemeinsame Europa wichtig ist, nämlich aus dem Grund, dass es auf diesem Kontinent Frieden gebracht hat und dass es die Grenzen abgebaut hat. Nämlich nicht nur die zwischen den Ländern, sondern auch die in unseren Köpfen, in unseren Herzen. Das ist eigentlich das, wofür die Europäische Union steht und dafür möchte ich mich und ich hoffe auch viele Leute auch hier im Auserland dafür einsetzen, dass das wieder mehr wird und wieder stärker wird. Zum Abschluss lieferten Ernst Sittinger von der Chefredaktion der kleinen Zeitung und der Herausgeber der deutschen Wirtschaftsnachrichten Michael Mayer eine launige Doppelkonferenz unter dem Motto das Ende der Behaglichkeit. Nach drei Tagen intensiver Gespräche und Diskussionen zog der Veranstalter positive Bilanz. Die Resonanz, auch diejenigen Leute, die vorn aus Berlin und Wien und anderen Städten hierher kamen, war dementsprechend positiv, dass ich überzeugt bin, dass wir auch nächstes Jahr zum Thema Wirtschaft eine interessante Tagung wieder auf die Beine stellen können. Für mich ist ganz wichtig, dass wir nicht immer mehr zurückschauen auf Menschen, die im 19. und 20. Jahrhundert hier waren, sondern dass wir jetzt auch Leute hier haben, die etwas zu sagen haben, die etwas mitzuteilen haben durch ihre Kunst, durch ihre Intelligenz, die wir einfach brauchen. Das ist so richtig das Salz in der Suppe des Auserlands. Untertitelung des ZDF für funk, 2017